Von dem ihr aber mir geschrieben habt, antworte ich. Es ist dem Menschen gut, dass er kein Weib berühre, aber um der Hurerei willen habe ein jeglicher sein eigen Weib und eine jegliche habe ihren eigenen Mann. Der Mann leiste dem Weibe die schuldige Freundschaft, desselbigen gleichen das Weibe dem Manne. Das Weib ist ihres Leibs nicht mächtig, sondern der Mann. Desselbigen gleichen der Mann ist seines Leibes nicht mächtig, sondern das Weib. Entziehe sich nicht eins dem anderen, es sei denn aus beider Bewilligung eine Zeit lang, dass ihr zum Fasten und Beten Muße habt, und kommet wiederum zusammen, auf das euch der Satan nicht versuche, um eurer Unkeuschheit willen. Solch sage ich aber aus Vergunst und nicht aus Gebot. Ich wollte aber lieber, alle Menschen wären, wie ich bin. Aber ein jeglicher hat seine eigene Gabe von Gott, einer sonst, der andere so. Ich sage zwar den Lebendigen und Witwen, es ist ihnen gut, wenn sie auch bleiben wie ich. So sie aber sich nicht enthalten, so lass sie freien. Es ist besser freien, denn brennen. Den Ehelichen aber gebiete, nicht ich, sondern der Herr, dass das Weib sich nicht scheide von dem Manne. So sie sich aber scheidet, dass sie ohne Ehe bleibe, oder sich mit dem Manne versühne, und dass der Mann das Weib nicht von sich lasse. Den anderen aber sage ich, nicht der Herr. So ein Bruder ein ungläubig Weib hat, und dieselbige lässet es ihr gefallen, bei ihm zu wohnen, der scheide sich nicht von ihr. Und so ein Weib einen ungläubigen Mann hat, und er lässet es ihm gefallen, bei ihr zu wohnen, die scheide sich nicht von ihm. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durchs Weib, und das ungläubige Weib wird geheiligt durch den Mann, sonst wären eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. So aber der Ungläubige sich scheidet, so lass ihn sich scheiden. Es ist der Bruder oder die Schwester nicht gefangen in solchen Fällen. Im Friede aber hat uns Gott berufen. Was weißt du aber, du Weib, ob du den Mann werdest selig machen? Oder du Mann, was weißt du, ob du das Weib werdest selig machen? Doch wie einem jeglichen Gott hat ausgeteilt. Ein jeglicher, wie ihn der Herr berufen hat, also wandle er, und also schaffe ich's in allen Gemeinden. Ist jemand beschnitten berufen, der Zeuge keine Vorhaut? Ist jemand berufen in der Vorhaut, der lasse sich nicht beschneiden? Die Beschneidung ist nichts, und die Vorhaut ist nichts, sondern Gottes Gebot halten. Ein jeglicher bleibe in dem Ruf, darin er berufen ist. Bist du ein Knecht berufen, sorge dir nicht, doch kannst du frei werden, so brauche das viel lieber. Denn wer ein Knecht berufen ist in dem Herrn, der ist ein Gefreiter des Herrn. Desselbigengleichen, wer ein Freier berufen ist, der ist ein Knecht Christi. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte. Ein jeglicher, lieber Brüder, worin er berufen ist, darin bleibe er bei Gott. Von den Jungfrauen aber habe ich kein Gebot des Herrn. Ich sage aber meine Meinung, als ich Barmherzigkeit erlanget habe von dem Herrn, treu zu sein. So meine ich nur, solches sei gut, um der gegenwärtigen Not willen, dass es dem Menschen gut sei, also zu sein. Bist du an ein Weib gebunden, so suche nicht loszuwerden. Bist du aber los vom Weibe, so suche kein Weib. So du aber frei ist, sündigest du nicht. Und so eine Jungfrau freiert, sündiget sie nicht. Doch werden solche, leibliche Trübsal haben. Ich verschonet aber euer Gerne. Das sage ich aber, liebe Brüder, die Zeit ist kurz, weiter ist das die Meinung. Die da Weiber haben, dass sie seien, als hätten sie keine. Und die da weinen, als weineten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die da käufen, als besäßen sie es nicht. Und die dieser Welt brauchen, dass sie derselbigen nicht missbrauchen, denn das Wesen in dieser Welt vergeht. Ich wollte aber, dass ihr und Sorge wehret. Wer ledig ist, der sorget, was dem Herrn angehöret, wie er dem Herrn gefalle. Wer aber freiet, der sorge, was die Welt angehört, wie er dem Weibe gefalle. Es ist ein Unterschied zwischen einem Weib und einer Jungfrau. Welche nicht freiet, die sorget, was dem Herrn angehöret, dass sie heilig sei, beide am Leibe und auch am Geist. Die aber freiet, die sorget, was die Welt angehöret, wie sie dem Manne gefalle. Solchs aber sage ich zu eurem Nutz, nicht, dass ich euch einen Strick an den Hals werfe, sondern dazu, dass es wohl zieret und ihr stets und unverhindert dem Herrn dienen könnt. So aber jemand sich lässet dünken, es wölle sich nicht schicken mit seiner Jungfrau, weil sie eben wohl mannbar ist und es will nicht anders sein, so tue er, was er will, er sündiget nicht, er lasse sie freien. Wenn einer aber im Fest für nimmt, weil er ungezwungen ist und seinen freien Willen hat und beschließt solches in seinem Herzen, seine Jungfrau also bleiben zu lassen, der tut wohl. Endlich, welcher verheiratet, der tut wohl, welcher aber nicht verheiratet, der tut o besser. Ein Weib ist gebunden an das Gesetz, solange der Mann lebet. So aber ihr Mann entschläft, ist sie frei, sich zu verheiraten, welchem sie will, allein, dass es in dem Herrn geschehe. Seliger ist sie aber, wo sie also bleibet, nach meiner Meinung. Ich heilte aber, ich habe auch den Geist Gottes. Von dem Götzenopfer aber wissen wir, denn wir haben alle das Wissen. Das Wissen bläset auf, aber die Liebe bessert. So aber sich jemand dünken lässt, er wisse etwas, der weiß noch nicht, wie er wissen soll. So aber jemand Gott liebet, derselbige ist von ihm erkannt. So wissen wir nun von der Speise des Götzenopfers, dass ein Götznichts in der Welt sei und dass kein anderer Gott sei und der Einige. Und wie wohl es sind, die Götter genennet werden, es sei im Himmel oder auf Erden, sind mal es sind viele Götter und viele Herren, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von welchem alle Dinge sind, und wir in ihm, und einen Herrn Jesu Christ, durch welchen alle Dinge sind, und wir durch ihn. Es hat aber nicht jedermann das Wissen, denn etliche machen ihn noch ein Gewissen über den Götzen und essen für Götzen Opfer, damit wir ihr Gewissen, dieweil es so schwach ist, beflecket. Aber die Speise fordert uns für Gott nicht. Essen wir, so werden wir darum nicht besser sein. Essen wir nicht, so werden wir darum nicht weniger sein. Seht aber zu, dass dieser eure Freiheit nicht geratet zu einem Anstoß der Schwachen. Denn so dich, der du das erkennet hast, jemand sehe, zu Tisch sitzen im Götzenhause, wird nicht sein Gewissen, dieweil er schwach ist, verursachet, das Götzen Opfer zu essen. Und wird also über deinem Erkenntnis der schwache Bruder umkommen, um welchen Willen doch Christus gestorben ist. Wenn ihr aber also sündiget an den Brüdern und schlagt ihr schwaches Gewissen, so sündiget ihr an Christo. Darum, so die Speise meinen Bruder ärgert, wollte ich nimmermehr Fleisch essen, auf das ich meinen Bruder nicht ärgere. Nur ein Tor strebt nach dem schnöden Mammon, strebe nach dem Weg der Wahrheit und dem Leben. Die Wahrheit würde ich freimachen. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de und das Fibelheft und dem Leben.